Ladies and gentlemen, guten Tag, guten Tag, guten Tag, willkommen zu einem neuen Stream. Hello, hello, it's me Mario, it's me Mario. Hello, 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 hello. Äh, äh, ja, wir spielen heute mal wieder Minecraft Bad Wars. Mit dabei ist natürlich der Typ hier, der gerade richtig verhaut seinen Kopf spinnt. Der Boy da, der hinter mir steht. Äh, sagen Sie mal Hallo, äh, Typ, der sich die ganze Zeit das Reneck bricht. Hallo. Ja, äh, mit dabei ist natürlich wieder der Logo, der, der, ja, der. Und, äh, ja, wir spielen heute ein bisschen Minecraft Bad Wars, weil wir haben eine richtig neue krasse Taktik herausgefunden. Türme! Hallo. Was machst du vor mir? Du weißt schon, ich bin grad in, 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 äh, ich hab grad, äh, zweimal F5 gedrückt. Das heißt, ich guck jetzt vor mich. Hallo. Ich seh nur deinen Rücken, du musst dich mal umdrehen. Ja, jetzt sieht Chat dich. Hi. Hi. Wollen wir, wollen wir jetzt runterspringen? Wait, hä, was hab ich gemacht? Hä, wo bist du? Hä? Ey, yo, ich bin eine Woman. Ey, yo, ey, yo, ey, yo, ey, yo, yo. Hey, bro, ich war grad eben, ich war grad eben eine schwarze Frau. Und das war kein Witz. Kritisches Level erreicht. Kritisches. Bin ich überhaupt in den richtigen Lobby? Wo bist du? Nein, ich bin weg. Ich wollt doch da runterspringen. Oh. Ich joine gerade. Welt wird betreten. So. Logo wollen wir... Ich bin hier oben. Logo wollen... Ich werde springen. Warte, warte, warte kurz, warte kurz. So. Tu es nicht. Warte kurz. Doch. Okay, ich hab die Kamera. Jetzt. Ich werde springen. Komm, spring. Füße, es geht aus. Komm, wuhu. Aua. Äh, 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 affe. Äh. Was? So, los geht's. Yeah, let's go. Wo? Wo bist du hin? I'm disappeared. Äh. Ja, hier, hallo. Ah, da, hi. Hi, 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 hi. Ja, los, hier, los, hier. Da, da, da. Vier versus vier versus vier versus vier. Yes. So, also, Leute. Äh, unsere Taktik. Äh, wir bauen, wir, 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 wir brauchen Geld. Wir brauchen dringend Geld. Wir nehmen das Geld, was wir von Freddy Fastpass Pizza Nachtwächterjob bekommen haben. Und, und das nutzen wir, um uns Türme zu kaufen. So Türme, die so in New York stehen. So, so Hochhäuser. Und die bauen wir dann auf und dann kommt niemand mehr durch. Und hier ist Obi-Wan Kenobi. Wo? Hier, Ben Kenobi. Wo ist Knoblauch? Hier ist, hier ist Ben Kenobi, guck. Ben Kenobi. Knoblauch. Okay, schnell, 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 so. Schnell, dinget. Ah ja, Leute, falls ihr euch fragt, worauf mein Skin basiert. Äh, mein, äh, könnt ihr, könnt ihr grad zwar nicht sehen, aber, äh, eben war der da. Äh, der basiert auf Friedrich dem Großen. Ist auf jeden Fall sehr nett. Und natürlich hab ich Eisbären zugefügt. So, also. So, der Plan lautet, Geld nehmen, Turm bauen. Und verhindern, dass ein Flugzeug kommt. Kritisches Level. Kritisches Level erreicht. Oh, kritisch, kritisch. Das zweite Mal. Kritisch, kritisch, kritisch. Wie, wie, wie lang sind wir live? Keine Ahnung, drei Minuten, vier Minuten. Kritisches Level schon zweimal erreicht. Achtung, Achtung. Du gibst mir dein ganzes Gold, ich geb dir mein ganzes Eisen. Ja. Das ist überall ein Stack. Hier, Rose, komm her. Kritisches Level schon zweimal erreicht. Wir sind jetzt schon auf Defcon 3. Hast du noch ein Gold? Hast du noch ein Gold? Ja. Ja. Wir sind jetzt schon auf Defcon 3, Boy. So, geh hier rein, geh hier rein. Hier kriegst du ganz viel Eisen. Thank you. So, dann kaufen wir jetzt erstmal ein paar Türme. Türme kaufen. Oh, Türme. Türmchen, Türmchen, Türmchen. Ey, Logo, wo soll ich platzieren? Direkt auf dem Bett? Überall. Egal wo. Überall. Erstmal die Grenzen sichern oder erst... Oh, wer solltest du zu uns gehen? Erstmal die Grenzen sichern oder erstmal den Baum sichern? Äh, das Bett. Ich mach erstmal die Grenzen. Okay. Ey, yo, I'm gonna ruin this man's whole career. Nein. Der Boy kommt dann nicht mehr durch. Mögen Sie Toasties. Ich mag Toast, ja. Mögen Sie Toastie. Wer ist Toastie? Kennst du nicht. Kennst du die? Kennst du wirklich nicht? Nein, aber kennst du die? Warte, warte. Meinst du mit Toasties diese Toast-Müsli-Dinger? Nein, warte mal. Ich mag auch, was du eine komische Nachricht gekriegt. Welche komische Nachricht? Ah, hier. Roger Cash Bandit. Lol. Warte, 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 ich gucke mir aus. Äh, warte, chat, chat, chat. Ah ja, Watch Dogs Announcement. Ja, Dingens. Das will nur zeigen, wie gut das Anti-Cheat-System von denen ist. Anti-Cheaten. Hä. Hallo, Logo-Ernst. Kennst du die? Hä? Hä? Was für? Was für die? Da ist ein Gelber, da ist ein Gelber. Äh, äh. Hö, es hat keine Rüstung an. Hä? Hero, Bro. Hero, Hero Birne. Bro. Ich hab ihn. Okay, wir müssen schneller sein nächstes Mal. Und im Ernst, Logo, kennst du die? Logo, blauer. Blauer Typ kommt von oben. Blauer kommt von oben. Ich hab's gehört, es ist ein bisschen etwas. Und Grüne kommen von hinten, was? Was? Nicht das Brokodi-Team. Hallo, im Ernst, jetzt kennst du die? Kennst du die? Nein. Doch, ja, doch. Ja, wer ist denn die? Will ich nicht wissen. Doch, willst du bestimmt wissen. Nee, kenn ich nicht. Team Gelb, Team Gelb, kommt, Team Gelb, kommt. Da willst du wirklich nicht wissen, wer die ist. Woho, woho, woho. Woho! Mario, 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 Mario. Woho, woho. Woho. Hallo, willst du wirklich nicht wissen, wer die ist? Ist mir egal. Willst du wissen? Vielleicht. Na, sag mal. Vielleicht. Na, frag mal, wer die ist. Nee. Schade. Okay. Ja. Warte, ich guck mal. Okay, der Grüne, der baut sich da gerade. Ach, da ist ein Blauer. Aha. Interessant. Und der Typ sieht so aus, als würde er Diplomatie. Der Typ sucht Diplomatie. Aha, Verhandlung. Verhandlung. Der Boy will verhandeln, glaube ich. Und da kommt Gelb. Gelb will nicht verhandeln, oder? Hat der, der Boy hat keine Waffe. Oh, da kommt jemand, aber ich weiß nicht, ob der, ob der eine Ding ist. Ich weiß nicht, ob der, ich weiß nicht, ob der friedlich oder böse ist. Nein, ich bin allein. Ja, ich weiß, du bist alleine. Wo ist der Boy? Der Diplomatie. Achtung, Achtung! Na, du bist tot, du bist tot, du bist tot, du bist tot. Ja, ich muss noch kommen. Gute Nacht. Okay, direkt nächste Runde. Nächste Runde. Äh, warte, wo ist, äh, wo kann ich nächste Runde? Äh, auf das Papier. Okay, again. Äh, random map. Let's go! Mann, der hat ja nicht nur Kombo, sondern kann ich nichts machen. Let's go! Welt wird betreten. So, mal gucken, ob wir hier wieder Obi-Wan Kenobi finden. Nee. Hier haben wir irgendeinen Anzugtyp, Ententyp. Waffe! Josef Stalin! 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 Sowjetunion! Okay, schnell, Eisen. Und dann, und dann, und dann, und dann, dann, dann World Trade Center bauen. Hm, wohl, Stalin ist im roten Team. Ey, yo, Bro, Bro, das, das, das Ding ist zu realistisch. Das Ding ist zu realistisch. Für alle, die sagen, Minecraft ist nicht realistisch. Bro, sieh dir das an. Screenshotet das sofort. Ich hab's auf Video. Ich screenshote das, ich screenshote das. Ja, ich hab's gereenshottet. Bro. Der Freund kommt, der ist aber zu deutsch. Ich stell dir vor, dann, weil es stimmt, weil, was für eine Farbe war eigentlich Deutschland? Im, im Zweiten Weltkrieg. Weil, ja, die hatten ja eine rote Flagge, aber es ist ja nicht rot, weil, rot war ja Kommunismus und Deutschland war nicht kommunistisch. Und hier ist Gold. Willst du all mein Eisen haben? Äh, yes. Hier. Bitte sehr. Oh. Oh, hier, bitte sehr. Oh. Soll ich, soll ich Türme bauen? Äh, ja. Gut, ich bin, ich bin unser Turmbetragter. Turmaufbetragter. Ich bin Architekt. Ich kenn mich sehr, sehr gut mit aus. Ich hab's, ich hab's sogar mitgeholfen, die Rettungsboote der Titanic zu designen. Hey. Äh. Wir müssen, ja. Unser Team empfängt direkt Stress mit anderen Leuten an, das ist schlecht. Das ist sehr cringe. Emeraldo. Leute, Stress ist cringe. Two Emeraldos. Ich brauch, ich brauch, ich brauch, ich brauch. Eins. Ich brauch noch einen Emeralde. Ja. Ich brauch, ich brauch nur zwei. Ich muss jetzt hier campen. Okay, danke. Blau ab oder rot oder was weiß ich. Ich will. Logo, logo. Ich hab, ich hab, ich hab Dingens. Ich hab angefangen mit Türme, äh, Dingens, äh, nicht Türme zu bauen. Türme zu bauen. Gut, aber lass noch den Eingang zur Mitte frei. Hättest du mir früher sagen sollen. Ja, ich muss aber rein. Mach mir, mach mir, mach mir einen Weg, mach mir einen Weg, weil ich muss gleich rennen. Okay, okay. Wenn du rennen musst, okay, warte, ich baue schon mal. So, Weg frei. Hier, drei, zwei, drei. Okay, Weg ist frei. Null. Renn, 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 renn. Weg ist frei. Warte, 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 warte. Rennen. Rennen, der Weg ist frei. Na, das wurde jetzt noch rumgebaut. Guck zu mir, schnell. Ja, ich versuche. Gib mir Wolle. Ich hab nur drei. Bro, wie willst du hier überhaupt rüberkommen, bro? Was, was hast, was hast du hier gebaut? Ich hab hier nichts gebaut, das war ich nicht. Ach so, das war... Nimm die Wolle mit, nimm die Wolle mit. Ja, ja, echt, nehm Wolle mit. Äh. Warte, warte, wo du bist? Ich bin hier, hallo. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ach, da. Hier unten, hier unten. Hey, 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 hey. Hier, das. Und dann nimm das. Das ist alles, was ich habe. Danke. Warte, hier ist noch was, hier ist noch was. Warte, ich komm hoch. Reicht das? Das heißt, das reicht, oder? Ja. Ja, gut, dann komm. Ich hab Emerald-Rüstung. Und dann müssen wir mehr... Äh, 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 das sieht einfach wirklich so aus wie Zwillingstürme. Oh, ja, schuldig. Zwilling. Ach ja, zwei schöne Türme, Lil. Beijing-Türme. Peking, was? Nicht Nord-Diskun. What's up, Beijing? Ping-Qing. Bing-Qi-Ling. Bing-Qi-Ling heißt... Ich hab' so schönes Anhabe. Bing-Qi-Ling heißt Eiscreme auf Chinesisch. Ey, yo, wer macht hier schon wieder, äh, äh, Dinge ins Terrorismus? Oh, ich komm mal, ich hab' so schönes Anhabe. Was? Oh, Diamant-Leggings. Hm. Warte, hat der Typ einen Josh-Not-Found-Skin? Ah, nee, das ist... Der hat Josh-Not-Found-Brillen, aber andere Haare. Also, he's basically cringe. Noch mehr Türme. Bald sind's Drillingstürme. So, hier oben. Wo kommt noch Turm hin? Ich will ein Team mobben. Du willst ein Team mobben? Ich bin auch dafür, dass wir Team mobben, aber ich bin... Ich, ich baue erst mal. Ey, äh, ich müsste gern entweder Team Grün... Ey, Team Grün nimmt beide... Wir fangen jetzt schon erst mit Team Grün an, okay? Einfach nur so. Aus Prinzip. Stimmt, Logo, wir müssen auch mal Wassereimer kaufen, sonst dingens. Wir müssen auch mal an eine Tierquelle kommen, wo wir fast nicht drankommen. Ey, yo, wow, wow, ey, yo, ey, da wurde jemand in die Void genockt. Ey, yo, wow, wow, ey, 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 ey. Hallo, Logi. Ja, warte. Logichen. I like Toastbrot. Ah, ich kann mir nur eins leisten, cringe. Cringe. Kringere. Oh ja, fünf Dingens. Bald hab ich genug Dingens. Spal dir ein Eisenschwert oder Spal dir eine Eisenrüstung. Wir müssen, wir müssen uns zu Team Grün Diamanten überbauen. Wir haben keine Diamanten, wir brauchen Diamanten. Ja, ich hab sie... Ja, ich hab sie... Ich hab sie mich wieder eingebaut. Ja, hallo, du... Wingen Sie, das ist unsere Taktik? Ja, aber ich muss ja auch... Raus. Bro, das ist alles zugebaut. Ja, ich komm ja auch nirgendwo. Ich hab... Hier gibt's Eingang. Hier. Hier ist Eingang. Also, also, hier ist unsere schöne Base. Hab ich selbst gebaut. Okay, krass. Oh, Alter, die sind gerade auch... Ich weiß, ich weiß. Für alles alleine gebaut. Ja, 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 genau, genau. Gut gemacht. How about what? How about being cringe? So, jetzt kennen wir hier. Hol, hol Turma, hol Turma. Okay, okay, ich versuch's. Hallo, sollten wir nicht lieber von der Turm-Taktik auf die Feuerball-Taktik umsteigen? Mm-mm. Wir bleiben jetzt beim Turm. Wir können uns von oben reichen, von oben bauen wir zu. Und wir hören uns, wenn sie was abbauen. Logo, kauf einfach viele... Wir brauchen einfach viele Türme. Und dann verlassen wir diesen Ort nie wieder. Ich weiß, das nennt man Camping, aber... Das ist kein Camping. Das ist, äh, taktische Verteidigungslinie errichten. Wir bauen Maginot-Linie Teil 2. Nur halt mit einer Berliner Mauer mittendrin. Was unrealistisch ist. So, ich hab hier... Ich baue hier Endstyle rein. Yes, 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 yes. Ja, die kommen hier nicht mal rein. Doch, hier von der Seite kann man rein. Oh, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Oh. Ja, von der Seite müssen wir zubauen. Hab ich. Hab. Bro, ich hab jetzt auch 16 Dingens. Warte, kann ich? Ja, ja, stimmt. Ey, yo, das ist voll schlau. Hilfe. Ah, nee, warte. Wenn ich hier Wasser platziere, dann könnte man ja irgendwie... Verdammt, ich... Weil ich hätte einen richtig guten Plan. Weil mit diesem... Ach, verd... Warte, warte. Sag bitte. Ich kann es nicht abbauen, Cringe. Komm jetzt wieder rein. Ja, ich bin wieder drin. Ich wollte nur Wasser platzieren. Aber wait. Ja. Okay, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Mach immer mit Wasser hin. Ja, ja. Wow. Ja, und Dingenswahn... Stimmt. Unsichtbare Leute kann man durch das Wow sehen. Okay. Ey, yo, das ist krass. Richtig krasse Taktik. Ich hab drei Wasser ein, was ich kaufe. Das ist gut. So, hab da noch was platziert. Aber Türmer macht eigentlich keinen Sinn mehr zu kaufen. Wir brauchen jetzt nur Feuerwelle und so. So, das... Hey, guck mal. Was? Wo, wie, wer? Guck mal rum. Hey, yo, hey, wie hast du's gemacht? Ja, guck mal her. Und zwar, ich hab das hier oben lang geplaced. Und zwar, wir müssen... Wir hören die jetzt, wenn sie hier durchkommen. Krass. Die werden dann hier runterfallen, so. Bam, weil der mischt in den Klappenbesitz. Und dann müssen wir hier noch voll mit Wasser machen. Wir kommen nie wieder durch. Krass. Bro, wir haben ein krasser Vase gebaut. Wir müssen aufpassen. Hol so viel Wasser, wie du kannst. Ja, Dingens, was machen wir überhaupt mit dem ganzen Wasser? Es gibt eine begrenzte Anzahl. Wir campen hier jetzt. Sag nicht das C-Wort. Das ist illegal. Weil wir machen hier nicht Campen, wir machen taktische Verteidigung. Okay. Ich muss kurz Bescheid sagen, dass ich noch existiere. An meine Familie. Du existierst nicht mehr. Was? Was? Was, was? Das ist zu lange, aber du existierst leider nicht mehr. Oha. Ja, ich hab ja alles zu machen. Die kommen hier nicht mehr durch. Das ist krass. Und ich hab Fireball. Anni, da ist noch, da ist noch ne Lücke. Da ist noch ne Minifitzel, kleine Lücke. Ja, du rüstst uns hier jetzt komplett auf. Ja. Oh, wir müssen, glaube ich, sneaken. Wir müssen sneaken, dann sehen sie unseren Namen. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber im Shop kann man leider nicht sneaken. Ja, na, musst du schnell machen. Der Ding ist, hast du noch Gold für mich? Hätt auch nämlich gern, äh, Eisen-Korsett. Ja. Da vorne, da vorne. Ah, thank you, thank you, thank you. Anni, Korsett noch ein bisschen. Eisen-Korsett kostet ja 12. Die kommen hier nicht mehr durch. Oh, wow, 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 wow. Und zwar, wir könnten jetzt, wenn Team Rot und Team Korsett bekriegen, beide Bettner bauen, dann hätten wir vielleicht sogar noch ne Chance zu gewinnen. Hey, ja, stimmt. Warte, kaufen wir gleich noch Verzauberung? Und fallen? Verzauberung müssen wir jetzt zu den Diamant-Fällern. Wir können nicht rausgehen. Ah, okay. Da stirbt einer von uns. Na, das ist doof. Das wollen wir nicht. Wir müssen leider Verzauberung vernichten, aber wir können uns hier richtig aufrüsten. Logo, hast du zwei Gold für mich? Ich hab dir sogar sechs Gold für dich. Hier. Oh, thank you. Aber eigentlich brauch ich noch zwei. Ja, rotes Bett. So, 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 so. Äh, äh, äh. Okay, Armor und das. So. Ja. Und jetzt war das grüne Bett. Das war's, was einfach von da unten runter tropft. Tut mir leid, sie haben einen Dachschaden. In ihrem Kopf. Äh, Utility, Utility, Feuerball, Feuerball, Feuerball. Aber, warte mal. Wir machen Artillerie. Weißt du was? Was? Ich hör nichts. Na, geh mal raus, geh mal hier raus, geh mal hier raus. Ich will nicht raus. Nein, hier hin, hier hin. Ich hör Wasser. Ja, hörst du, hörst du, hörst du, hörst du, dass sich jemand reinbaut? Ich hör nichts. Vielleicht liegt's auch einfach daran, dass ich meinen Minecraft leiser gemacht hab, weil, weil Stream. Aber, keine Ahnung. Bro, der ist so gruselig. Also, Bad Wars soll eigentlich nicht gruselig sein, aber wenn du hier ganz alleine bist. Hier raus, geh mal rein. What? Sneaken, sneaken. Ich hab Fireballs. Bro, hier raus, hier, die hören uns jetzt. Die hören uns, hier. Raus, 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 raus. Ich seh, ich seh nen Namen, ich seh nen Namen. Ey, 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 o. Der ist abgehauen. Also, einer ist auf jeden Fall abgehauen. Ich hab nämlich grad nen Namen gesehen, der weggeht. Ah, ich seh nen, ich seh nen Namen. Die kommen zurück. Es sind nicht die, es ist nur einer. Es ist einer aus... Es ist einer aus Team Grün. Einer aus Team Grün kommt. Man kann hier durch. Nein. Pass auf, pass auf, Team Grün kommt. Der Typ kommt, der Typ kommt. Ja. Also, mach dich bereit, ihn wegzuballern. Mit allem, was du hast. Logo, bist du noch da? Logo? Logo? Ich seh ernsthaft gerade weg. In diesem wichtigen Moment. Bro. Logo, komm zurück. Logo, komm zurück. Logo, bitte. Ich hab Angst. Spaß. Ich bin wieder zurück. Gut. Gut. Du musst noch kurz mal für mich sagen, dass ich auch noch existiere. Ah, gut, ja. Wir leben. Noch. Oh, gut. Ich dachte grad so. Aber wir müssen... Guck mal, hier ist ne Lücke. Die kommen hier rein. Ich weiß, ich weiß, aber die kann man nicht schließen. Das ist in der No-Bow-Zone. Danke. Okay. Es gibt nur noch diese eine Lücke. Kann man das nicht mit Wasser fixen? Oh. Da wurde noch jemand in die Void gemacht. Ach stimmt, ich kann mir noch... Wir haben hier kein Licht mehr. Wir sind hier isoliert. Fireball hab ich noch einen. Bro, wenn jemand reinkommt und nicht krasse Rüstung hat, dann wird der weggeschossen. Warte mal. Was? Wenn's das geht. Ich hab ja noch einen Emerald. Es gibt einen Bridge-Eck. Wenn du das wirst, entstehen Blöcke dorthin. Yo. Vielleicht kann ich damit das verschließen. Wenn das geht... Ah, pass auf. Pass auf. Pass auf. Weil ich will nicht, dass wir jetzt... Dass wir... Dass unsere ganze Arbeit... Das hat nicht funktioniert. Was? Funktioniert? Nein, das hat nicht funktioniert. Ach so. Logo, da kommt. Ich seh ein rotes Namensschild. Ich seh nichts. Da ist ein rotes Namensschild. Wo siehst du das denn? Durch die Wand. Ich seh gar nichts. Bro. Ah, warte mal. Ich seh einer. Ja, 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 da. Die kommen. Das sind zwei und die kommen. Okay, sneak, sneak, sneak. Ja, ja, sneak. Nichts mehr einsammeln. Nichts mehr einsammeln. Ich sneak. Ja. Die sprengen sich durch. Da ist ein grüner. Die gehen jetzt alle auf uns. Was für... Ja, okay. Das war's. Hat aber Spaß gemacht. Ja. Ah, ah, ah. Hello, hello. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ah, 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 ah. Artillerie. Artillerie. Der Boy ist low, der Boy ist low. Ich hab ihn umgebracht. Ich hab ihn abgestochen. Ich schreibe wieder Tome. Tome, komm, komm, komm. Ich hab den Bro abgestochen. So, komm, du wieder. Ja, ich reparier das hier. Ja, ich reparier, reparier. Boah, ich hab den Boy abgestochen. Voll platziert, ne? Schnell, komm, zurück. Schnell, da ist noch... Ich schnell... Ich komme. Ich komme nicht durch. Nein. Bitte, wer du stirbst, wer du stirbst. Oh, ich bin drin. Ja, ich hab den einfach abgestochen. Junge. So, hier ist wieder repariert. Also, Fazit. Mit Feuerbällen und nem Schwert geht alles. Und ich hab nicht mal viel Schaden genommen. Achievement unlocked. Ich brauch auch nicht... Achtung, 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 Achtung. Achtung. Sneak. Sneak. Weg nach oben, nach oben. Du sneaks nicht. Ich sneake. Da kommt der. Warte mal. Hab mir noch drei Feuerbälle gekauft. Logo Sneak, doch. Sneake. Bei mir aber nicht. Das ist bei dir ein Anzeigefehler. Okay. Da. 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 Ja. Stech ihn ab. Schon wieder abgestochen. Der baut sich da oben durch. Los, kauft hoch und kriegt die Löcher. Ja, 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 ja. Engels. Du. Du machst die Löcher zu. Wir brauchen noch ein bisschen Wasser am besten. Auch. Auch Wasser von da oben. Ich hole uns noch ein bisschen Feuerbälle. Und dann stechen wir die nach und nach ab. Was? Du gibst die Löcher noch? Ja, ja. Mach schnell. Ich glaube, der Typ kommt wieder. Der will Rache. Yo, Chat. Das ist so krass. Das ist krass. Also echt, ey. Das ist krass. Wow. Einfach nur wow. Okay, noch mehr Bälle. Noch mehr Balls. Okay, was habe ich da? Seven Gold. Emeralds. Amor. Emeralds. Tools. Ich hole mir noch einen Knockback-Stick. Aber ich weiß nicht. Wer ist da? Gut, 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 gut. So, wir müssen alles reparieren. Ja, ja. Am besten platzieren wir da auch noch Wasser. Verstehst du? Ja, stimmt. Ja, warte, warte. Alle haben sich hier durchgebaut. Ich kaufe Wasser einmal. Ne, hallo. Ach, danke. Mach doch auf. Ja. Du hast platziert da oben rein. Ja, 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 ja. So, perfekt. Okay. Ich komme auch nicht auf die Idee, da oben reinzukommen. Das war vielleicht, das war vielleicht ein bisschen ineffektiv. Aber warte mal, ich habe, glaube ich, hier, warte mal, ah ja, hier kann ich jetzt, ich kann jetzt hier zubauen. Ja, das ist gut. Guck hier. Bro, desto länger die uns warten lassen, desto mehr Feuerbälle kriege ich. Ja. Ich habe, wir haben den schon mit drei Feuerbällen einfach weggeklatscht. Also, was ist, wenn ich zehn habe? Stimmt. Ja, dann, Dingens, dann, dann ist Weltuntergang. Dann, dann ist der Bro am Ende nur noch ein Stück, keine Ahnung, ein Teil seiner Lunge ist es wahrscheinlich nur. Ah, ich habe was gehört. Ja, ich habe das nur platziert. Ach so. Okay, gut. Ich nehme noch ein bisschen Eisen. 38, 39. Ah, du hast ja hier oben was. Fünf Feuerbälle. Bro, das... Ich komme nicht mal auf die Zielzone zu kommen. Ach so, da kommen, da kommen zwei. Wau, 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 raus. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, links, links, links. Nee, rechts, 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 rechts. Ah, ja, rechts, 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 ja, rechts. Ne, ich sehe nur einen, der kommt. Der sneakt. Der kommt von oben. Oder? Ja, wenn die von oben kommen, müssen die sich dann durchbauen. Ja, da kommt der, da kommt der, da kommt der, da kommt der Bro, da kommt der Bro. Aber er wird gleich Bekanntschaft machen mit Weltuntergang. Der Bro wird gleich weggeschossen. Guten Tag, hi, wie geht's? Guten Tag. Ah, der Boy, der Boy hat auch Feuerbälle. Ehrenlos. Logo, warum, warum... Bro, 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 Bro. Bro, chill, Bro, chill, Bro, chill. Logo, Logo, ich gehe oben hin. Ich gehe oben hin. Ich bin oben, ich bin oben, Logo, ich bin oben. Wenn er, wenn er kommt, dann, dann kommt Artillerie von oben. Ich glaub, der Boy, ich glaub, der Boy wird rein. Der Boy kommt. Oder? Der Boy ist da, der Boy ist da. Wow, 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 wow. Schieß, 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 schieß. Und jetzt abstechen, 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 stech ihn ab. Logo, stech ihn ab, stech ihn ab. Stech ihn ab. Hä, was für... Hä, ich kann die keinen Schaden, doch jetzt. Stech ihn ab, komm, stech ihn ab. Stech den Mann ab, stech den... Ich glaube, er hat seine ganzen Sachen in die Innertung gesetzt. Er ist tot, er ist tot. Los, reparieren, reparieren. Ja, ich... Reparieren, gut gesagt. Ich mach water. Ich mach water, ich mach water. Water, water, water. Los, los, los. Los. Ja, 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 ich komme. Kauf Blöcke. Ich kauf Fireball. 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 Ja, gut, 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 gut. Denken Sie, glaube ich, ernsthaft, warum wir hier wieder so gescheitert sind. So, wir müssen hier zubauen. Ja, warte, ich komme wieder mit meinem water. Water. Water, water, oil bomb, oil bomb, oil bomb, oil bomb, oil bomb. Do I have a bottle of water? I stab you. You should have a stab license. Ich muss gleich was einbauen. Noch ein water bottle. What? Hä? Was macht das water da? Water. Water. Water be floating. So, los, los. Oh, mate, that war auch kind of funny. Und, ähm, kauf weiterhin Feuerwehre. Ja, natürlich. Ah, da kommt, da kommt schon wieder jemand. Da kommt schon wieder jemand. Aber ich weiß, dass ich noch... Warte, warte, warte. Komm, lass nach oben gehen. Lass nach oben gehen. Ja, warte, warte, warte. Ich will noch, ich will noch einen Fireball. Einen Fireball noch. Einen Fireball geht noch. Fireball. Gut. Let's go. Nach oben. Wir sind so richtig in den Hintern. Wir kommen immer von oben. Achtung, Achtung, Achtung. Wir fangen jetzt, wir fangen jetzt. Wir fangen jetzt. Wir sind weg. Sneak hier oben. Sneak hier oben. Ja, Sneaky, Sneaky, Sneaky. Ich glaube, der Boy lernt nichts. Der Boy lernt einfach nichts. Der Boy lernt nicht aus seinen Fehlern. Oh, die werden wir weggeklass. Ja. Dann gibt's wieder ein Messer. We're gonna shank him, because we're British. British. British Bear. Warte mal, warte mal. Sneak weiter, sneak weiter. Ich sneak weiter. British Bear geht auf eine Stechtonie. Ja, ich weiß, was er macht. Was, wer trinkt? Ja, die haben Unsinn-Berkatzen. Flock um dich herum, Flock um dich herum. Glassblock. Werfen nicht, werfen nicht, werfen nicht. Ich weiß nicht. Ich sehe sein Namenschild. Die haben Smoke-Kanatte. Da ist einer, da ist einer bei uns. Da ist einer bei uns um Dinges. Doch, doch, jetzt, jetzt, jetzt. Zuck her, zuck her, zuck her, zuck her. No, 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 no. Oh, Sch**e, das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das ist ja, das ist ja. Logo, Logo, er ist noch alleine, er ist alleine, er ist alleine. Sein Team hat es tot. Stech ihn ab. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Ah. Das war richtig cool. Gigi, schreib Gigi in den Chat. Gigi. Neue Runde. Gigi, 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 Gigi. Digga, reicht jetzt auch. Aber komm, wir haben richtig krank überlegt. Ja, okay. Also die Turmstrategie mit dem Wasser und dem Ding funktioniert. Ja, gleich nochmal neu machen. Ja. Aber diese Taktik ist irgendwie gottlos. So, okay, haben wir hier wieder Obi-Wan, Kenobi? Nee, alles nur Cringe-Anime-Kids. Oder Emo, oder keine Ahnung. Alles Softies. Entschuldigung. Stab. 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 Stab und wie. Stab, the woman. Okay, direkt nehmen. Direkt Items. Take Orams. Dann kaufen wir Dingens, dann kaufen wir Türme. Wenn alles zugeturmt und zugewassert ist, dann holen wir uns Fireballs. Und Artillerien, die weg. Aber wir haben den Bro einfach zwei oder dreimal getötet, bevor er uns umbringen konnte. Das war krass. Warte, sind wir. Okay, wir sind so fertig. Okay, hast du Geld? Hast du Gold für mich? Komm her. Komm her. Gib mir mehr. Und hast du Eisen für mich? Ja. That's good. Gib dir aber gleich, weil die anderen da kunden sind. Ich hab noch ein Gold für dich. Gib mir all dein Gold. Ja, du kriegst mein Gold. Hm. Gold. Gib es mir. Gold. Gold. Ja, Gold. Danke. Noch mehr. Ja, gib dann noch mehr. Gold. Goldbarren. Ja, ihr bitte sehr, ihr Eisen. Danke, danke, danke. Danke, der Herr. Sie sind ein sehr guter Mensch. Ich hab hier noch Gold. So, okay. Erstmal soll ich Türme kaufen, oder? Ja, Türme, Türme, Türme. Da, da, da. Hallo, Logo. Da ist noch ein Gold. So gut. Oh ja, Gold. Ich hab hier noch zwei Gold für dich. Wir haben noch Winzen weg. Oh, die, die, die gehen schon auf Dingens. Die gehen schon auf Dingens. Ja, dann. Turm, 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 turm. Ich hab neun Türme. Das sind so neulich, dass ich besser gekriege, wenn ich es ankommen. Ich hab neun Türme. Okay, also einmal machen. Hallo, platziere sie. Einmal machen sie. Hier. Ah ja, ja, der. Und hier oben ist auch noch welche. Wir beginnen mit der Erschöpfung der dänischen Schanzen. Bruh. Unsere Teammates denken sich wahrscheinlich auch gerade, was machen diese Vollidioten? Nur den Titel Vollidioten haben wir uns durch und durch verdient, würde ich sagen. Ja, 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 ja. Ah. Bro, unsere Teammates, was die sich gerade denken. Jetzt gibt es noch mehr Türmchen. Wie gesagt, wir brauchen die Twin Towers. Ah, ah, Logo, Logo, Logo. Der Boy will unser Bett. Der Boy hat unser Bett-Logo. Logo. Genau, wenn Logo kommt. Also genau, wenn Logo weg ist. Bro, die stürmen uns einfach mit Leiter und so. Junge, die machen hier direkt Belagerung. Und die gewinnen. Logo, wir sind tot. Also du noch nicht, aber der kommt. Pass auf, pass auf. Ich stehe, ich stehe. Ja, guck, ja, ja, guck, ja. Von wo? Von Dingens. Du wurdest von einer Woman gekillt. Aber ich auch. Schon Cringe. Cringe. Neue Runde. Ja, neue Runde. Neue Runde, neues Glück. Neue Runde, gleiche Taktik. Okay, weiter geht. Leck. Okay, wen haben wir hier? Cringe, Cringe, Cringe. Anni, das bist ja du. Sorry. Wen haben wir hier? Wir haben hier... Okay, Koala Bär, der ist nicht Cringe. Der Typ scheint auch nicht Cringe zu sein. Oh ja, der hat eine Fliege. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Abenteuer. Eisbär. Da ist Eisbär. Ich habe Eisbär mit Anzug gesehen. In welchem Team? Eisbär mit Anzug ist... Logo, Logo, wir haben... Logo, wir sind drei Eisbären in unserem Team. Yay. Oder was für ein Typ ist das? Sieht aus wie ein Eisbär. Ich muss da nicht hören. Ja, mach schnell. Brr, der ist in die Void gefallen. Ey, yo, ey, wo... Also, da... Ja, denkst du... Brr, der ist in die Void gefallen. Also, aber der war es. Nee, nicht der Eisbär. Der arktische Fuchs. Wir wollen ja hier politisch korrekt sein. So, direkt. Wart. Da geht schon wieder direkt auf Betten. Schon Cringe. Okay. Wir müssen die Verteidigungspositionen der höchstwahrscheinlichsten Angriffslagen verteidigen und wir können... Wait. Ah Gott, an idea. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ja. Die äußere Verteidigungspositionen werden erbaut. Sehr gute Taktik. I am smart. I am smart. Weil hier... Hier ist es eher Close-Quarters-Combat mit den ganzen Inseln und so. Und deswegen müssen wir natürlich die, äh... Genau das müssen wir berechnen. Cringe, Bro. Nein, 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 nein. Bro, Bro, Bro. Nein, 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 nein. Was passiert? Ich will grad essen, genau. Bist du gestorben? Der Typ hat unser Bett zerstört, obwohl ich uns verteidigt habe. Mit Türmchen. Bist du... Bist du jetzt... Das Bett ist weg. Du bist jetzt gestorben, oder was? Das Bett ist weg und ich bin tot. Und der Typ hat Unsichtbarkeitsrang. Achtung, er kommt. Großer. Wann, nee, es war... Nee, es war doch nicht... Es waren nur meine Dinge. Es waren nur meine Partikel. Bin ich jetzt der Einzige? Äh, yes. Hilfe. Ah, da ist ein Blauer. Der Blaue steht über dir. Sobald du die Hütte verlässt, kommt der Blaue und sticht dich ab. Ja, ich bin tot. Er hat mich noch erwischt. Ich hab hier viel... Ich hab hier falsch angekommen. Ja, Dingens, der Bro wartet auf dich. Du bist... Du bist eh gleich tot. Ich bin tot. Hä, was? Oh. Ah, in... Ah, okay. Ah, okay. Ja, Internetprobleme. Deswegen sah es jetzt so aus wie ein Kabumm. Hä, Bro. Logo, ich bin wie hier die schwarze Frau. Und das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ich bin... Kritisches Level. Ich bin die schwarze Frau. Kritisches Level, aber... Ich bin die schwarze Frau. Ich muss Slash Lobby schreiben. Lobby. Lobbyismus. Schon wieder kritische... Kritische... Kritische Ansichten. Kritisch. Kritisch, meine Damen und Herren. Hashtag kritisch in den Chat. Logo, ich bin in der Lobby. Dann mach neue Runde. Ja, warte. Bei mir lädt es noch. Bei mir lag es ein bisschen. Wahrscheinlich wegen meinem... Internet. 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 Ah, gut. Ich bin wieder... Bro, einfach... Einfach mein Chatbot im Chat. Einfach. Loki608 ist now live streaming. Bro, ich... Ich glaub, ich mach den irgendwann mal aus. Schon cringe. Leute, beim nächsten Stream oder so... Hab ich eine Überraschung für euch, meine Damen und Herren. Eine sehr witzige Überraschung. Eine sehr, 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 sehr witzige Überraschung, meine Damen und Herren. Logo, wollen wir noch eine Runde? Ja, hab ich doch gesagt, noch eine Runde. Ja, ja, sorry, sorry, sorry. So, Dingerns. Äh, Lobbyselektor. Hä, in was für einer Lobby? Ah, okay. Bett war's. Erstmal strecken. Okay. Nein, nicht Game Menü. Ich will Lobby sehen. Lobby. Schlimm, Logo, komm zurück in die Lobby. Hat der wohl jemand gedroppt? Oh, ist das nur ein Effekt. Schlimm, Logo. Gut, warte, bist du in meiner Lobby? Nein, bist du nicht. Ich komm in deine Lobby. Ich komm in den Lobby. Ah, Bro, einfach dieses dreifache Abstechen von dem Typen. Ich sag's euch, Sprengstoff und Messer gehen gut zusammen. Nur Sprengmesser. Stell dir ein Foto... Was ist 4, 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 was ist 4. Ja. Hallo. Boah, 4, was ist 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 4. Also, sind wir eigentlich noch in einer Party? Ja. Warte, ich checke. Na klar. Gut. Logo, stell dir mal vor. So, ähm... Boah, wir sind in meiner Party. Joinst du gerade? Ja, ich bin gejoint. Gut. Logo, stell dir mal vor. Ich bin auch guter als du. Waffe. Jo. Logo, stell dir mal vor. Richtig krasse Waffe. Du packst, du packst Sprengstoff in den Griff eines Messers, nimmst dann noch einen Auslöser, du nimmst das Messer, läufst zu einem Typen, stichst ihn, rennst weg, kabumm. Und das kostet dann natürlich 20 Euro und dann ist es Pay-to-Win. Ja. Und dann kommen die kleinen Kinder, klauen die Kreditkarte ihrer Mutter und sagen, Mama, Mama, ich brauchte deine Kreditkarte, damit ich Terrorismus gegen Kinder begehen kann. Alter, ich krieg das lange wieder rein. Nimm, gib mir Gold, gib mir Gold, gib mir Gold, gib mir Gold. Ja, ja, du kriegst Gold. Kennt ihr den Moment, wenn ihr so mit eurem Freund später so spielen wollt und ihr schreibt so den krassesten, detailliertesten Plan? Okay, warte, 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 warte. Ja, was? Gib mir mal kurz, Alter, ein Eisen, ich kann das duplizieren. Hast du? Ja, ja, warte, hier ist noch was. Du kannst auch SZG und Co. tun, dann droppst du alles. Aber Leute, kennt ihr den Moment, wenn ihr... Hast du alles? Hast du alles? Ja, ja, das war alles, das war alles. Tschüss. Ja, goodbye, goodbye, goodbye. Tactical Suicide, bitch. Mann, was? Neue Runde. Mann, ich wollte dich eigentlich gerade klauen. Bruh. Aber das ging dann doch... Ah, Leute, kennt ihr das, wenn ihr so mit eurem Freund später spielen wollt? Ihr schreibt so auf WhatsApp oder auf Discord oder so den detailliertesten, genauesten, krassesten Plan für Terrorismus... Was? Ja, neue Runde. Ihr schreibt so den krassesten, genauesten Plan für Terrorismus in die WhatsApp-Gruppe. Dein FBI ergänzt so, aha, am Ende so, in Minecraft. Das war knapp, das war knapp. Ey, yo, ich geh mal zum Flughafen, ich erschieße tausend Menschen in Minecraft. Ich werd ne Bombe unter nem Auto platzieren und dann alle umliegenden Menschen erschießen in Minecraft. Okay, let's go, let's go, let's go. Und diesmal müssen wir schnell die Türme bauen. Und Logo, mir ist grad ein krasser Trick eingefallen. Wir müssen die Türme auch mal auf anderen Inseln platzieren, die so Inseln, die neben uns sind, nah und so dran sind. Das könnte den Gegner noch langsamer machen. Logo, mit wem redest du da? Mit Igel. Ah, okay. Ja, also Logo, wir sollten auch mal Türme auf anderen Inseln platzieren, die so in unserer Nähe sind. Ist schlau. Geben wir mal all dein Gold, bitte. Nein, ja doch, Gold. Aber kein Eisen. Mal all dein Eisen. Nein. Ich vertraue dir nicht mehr. Logo, ich hab noch ein Gold für dich. Oh ja. Kann ich dein Eisen? Ich bin der Turmbeauftragte. Ich bin der Architekt. Nein, ich hab ein Gold getroffen. Thank you, thank you, thank you, thank you. Dein Gold. Ruh, cringe. Joris, hier, noch ein Gold. So, Item Shop. Leute, hier ist der Minecraft Item Shop. Ich kaufe mir einen neuen Skin, nämlich World Trade Center. Und der hat ein Messer mit Sprengstoff. Schon wieder kritisch. Hm, was? Schon wieder kritisch, schon, Moment. Äh, du, 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 du. Tü. Unsere Taktik ist weltbekannt. Unsere Mittel sind einfach nur bodenlos. Aber sie funktionieren. Wir sind die Betzerstörer GmbH und Co. KG. Alter. Ja, guten Tag, Igel. Igel sagt Hallo. Ja. Ja, Leute, unsere Mittel sind richtig bodenlos. Aber wir sind die Betzerstörer GmbH und Co. KG. Bodenlos ist unser Motto. Alter. Achtung, Blau kommt zu uns. Ah, ah. Blau hat erst am Blödeck zu uns her geworfen. Ernsthaft. Insbesondere. Aber Blau. Ich früge mich jetzt mit Blau tot. Nein, 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 der Ding ist, der kommt, der kommt. Aber insbesondere, dass, dass die Void ja auch keinen Boden hat. Deswegen ist bodenlos wirklich unser Motto. Der jumpt da oben rum wie ein wild gewordener Hase. Ein Affe hat Tollwut. Ja, töte den, töte den, töte den. Was für, was für dieser Affe. Dieser, dieser Affe. Ja, bau sie sich jetzt hoch. Dieser Affe. Mann, okay, wir sind verflucht. Ja, bruh, dieser Affe. So, wieder Türme. Türme bauen, um unseren Bettscheißhaufen zu schützen. Gesundheit, zweimal Gesundheit. Danke, ich habe echt das Mikrofon genießt. Logo, ich habe Gold für dich. Yay. Und, dir wurde das Gold geklaut. Geht nicht in dir. Nein, dir wurde das Gold geklaut. Da ist noch ein Gold. Was? Da ist noch ein... Was meint er mit Pop-Up Towers? Was haben wir gemacht? Was, wie, Pop... Was war das mit Pop-Up Towers? Ja, irgendwas mit Pop-Up. Komm mal in den Chat. Warte, 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 warte. Get Pop-Up Towers. Get Pop-Up Towers. Ja, ja, der Typ hat die gleiche Taktik wie wir. Pop-Up Towers überall hin. Let's go. Der Bro ist Ehrenmann. Der weiß, was wir wollen. Der Bro ist smart. Der Bro hat 20 Millionen IQ. Und wir haben mehr. Dream Bad Wars. Was, Dream Bad Wars? Hey, da einfach Dream Bad Wars im Chat. Logo, ich habe noch Gold für dich. Komm her. Ja, ja. Bei uns, komm her. Bro, du... Du musst einfach einen Gold goblen. Gib mal dein Gold. Gib auf, Spider-Man. Spider-Man, gib auf. Ich bin der goldene Kobold. Ey, hast du ein bisschen Eis, wenn du mich jetzt auch, Bar Towers kaufen kannst? Äh, nee. Alles meins. Ich bin reich und daran wird sich nichts ändern. Bro, why are you crying like that, boy? Crying is cringe. Wir müssen uns auch von hinten schicken. Logo, Gold, Gold. Der weiß, was die komischen Leute heute Abend noch so machen. Leute, heute. So, gut. Loki, guck mal. Wir müssen auch noch den Hinterbereich saven. Ja, Hinterbereich, Hinterbereich. Hier, hier geht's auch aus. Ja, ich weiß, ich weiß, aber trotzdem. Du stinkst. Du stinkst? Du. Äh, dann ich. Da. Was, ein Zielsucher? Meinst du Aimbot? Ja. Ja, du siehst einfach einen blau-gelben Team, äh, wo die sind. Logo der Hacker exposed. Was? Du krasser Hacker-Man. Hey, das gibt's wirklich. Was drauf ist hier? Oh nein, ich bin nicht komisch. Sondern du. Aber Logo, Logo, ich muss gleich mal kurz AFK gehen. Na. Und ich muss gleich mal kurz auflegen, leider. Ganz kurz. Warum? Leider. Dingens, ich muss kurz, äh, mein Vater hat mir gerade geschrieben. Muss kurz was machen. Der Vater hat mir geschrieben, Hals hoch. Ah. Äh. Äh. Ja, warte, Dingens. Ich, ich mach kurz, ich mach kurz Dingens. Ich, ich leg kurz auf. Ja. Ja. Ciao. Bis gleich. Chat, ich bin kurz AFK. Und dahin. Ich binälder. 시�ler. Québec. Ich binälder. Sehr. Und da müssenälder. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte was zu tun. Also ja, ich hatte was zu tun. Sorry, tut mir leid, aber ich hatte halt was zu tun. Sorry. Bin gleich wieder da. Ich hatte was zu tun. Ja, letztes Mal ist schlecht gelaufen. Ich hatte was zu tun. Ja, du bist einfach gestorben. Ja, ich weiß, ich weiß. Und dann kam Dingens. Oh, das ist ja nicht aufgefallen. Wir sind die letzten. Wir sind nur zu zweit. Ah, der eine ist wieder da. Ja, ja, ja. Der ist von mir schon zurückgekommen. Ey, what? Wait, what? Wait. Aber wir sind einfach wirklich nur zu dritt. Ja, trotzdem, ich weiß. Aber nichts hält mich hier auf. Nichts hält dich auf, weil du hast die Kraft des World Trade Centers. Geld kommt zu uns. Du hast die Macht des World Trade Centers, Logo. Nutzt du sie weise. Ich bin beim Bett. Ich bin beim Bett. Bro, kleine... Okay, Logo, das heißt... Fortify Disposition. Ja, okay. Direkt taktischer Selbstmord begehen. Ist klar. Los, 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 los. Warte. Polen ist noch nicht verloren. Wie sie sagten, Polen ist noch nicht verloren. Es wäre Polska. Ich hab's auch gesehen. Hä? Das ist cringe. Oh, Mann. Very cringe. So, ich nehm Dingens. Ich nehm Dingens. Ich bin Dingens. Ich nehm Dinge. So, tata, 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 tata. Nein, das nicht. Ich war kurz vor... Achtung! Was, 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 was? Stechung, Stechung, Stechung. Ja, bruh, get, get your, get your stabbing license out of here. Neue Runde, neues Klügel. Get your British ass out of here, bitch. What? Oh, what? What did you say to me? Äh, äh, nothing, nothing. Was, Nothing Hill? What? Hast du auch das Engelsspruch? Welches Engelsspruch? Nothing Hill. Ne, ich hab das Engels... Ich hab Green Line. Ja, ja, ich hab noch ein Buch. Noch den Hell. Ich weiß auch nicht, warum wir noch den Hell haben überhaupt. Ist das ein Buch zum Lesen oder ist das das Schulbuch? Schulbuch. Ja, wir haben, wir haben Green Line 1. Ja, guten Tag, wer ist da? Ja, ich hab, ich hab grad Streamy. Ich hab die Donuts mitgekauft. Oh, thank you, thank you. Danke, die Donuts. Das sind drei. Okay, ja, danke. Tschüss. Ich hab ja das Lied gegessen. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Ciao. Chat, ich hab Donuts. Ja. Gib mal was ab, bitte. Nein, du kriegst keine Donuts. Alter. Alter, bin ich gut. Alle. Oha, 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 oha. Okay. Wir müssen als du. Ciao. Chat, ich hab Donuts bekommen. Richtig krass. Gib mir mal ein Gold. Gib mir dein Gold oder ein bisschen. Ja, 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 hier. Acht Gold, acht Gold. Ich werd nach der Runde mal ein Donut essen. So, danke für das Gold. So, Logo schnell. Da kommt schon Team Geld. Diese, diese, die. Die, äh. Und ich bin, ich bin, ich bin Stuck. Ich bin Stuck. Okay, Chat. Heute willkommen zu Donut Unboxing mit Loki. Meine Damen und Herren. Willkommen zu Donut Unboxing mit mir. Ja, willkommen. Äh, ich wünschte, ich hätte irgendwie eine Handykamera, womit ich die leckeren Donuts zeigen könnte. Aber ihr müsst wohl einfach den Sound hören. Erstmal Sound der Donut Raschelpackung. Lecker Donuts. Öffnung der Verpackung. Kleine Mini-Donuts. Teig mit Schokoladenguss übergeben. Ey, bitte gib was. Sehr leckerer Donut. Logo, ich hab'n Donut. Gib mir. Kriegst du nicht? Nein. Kein Donut für dich. Tut mir leid. Ich mag, ne, ich, ich, ich kündige. Du kannst nicht kündigen. Du, ich hab'n dich unter Vertrag. Ne, ich kündige den Vertrag. Kannst du nicht? So, so, kündigt, so, fertig. Hallo, aber ich, Dingens, du weißt schon, deine Seele kommt dann in die Unterwelt. Okay, okay. Äh, du, ich misch'n Gehaltserhöhung. Gehaltserhöhung? Ja. Okay. Ich misch' jetzt, äh, one million thousand euros and, äh, every month zehn Donuts. Dafür musst du mir aber noch eine Seele geben von einer anderen Person. Ich will meine Seele, nö, ich verkaufe meine Seele noch nicht an dich. Deine Seele hab' ich schon verkauft. Ey. Ich brauch' noch eine Seele von jemand anderem, vielleicht von Eagle. Äh, ne, ich hab deine Seele schon. Warte, nein, ich, ich bin, ne, ich hab' meine Seele. Nein, ich hab' dir das geklaut. Ich verkaufe ja die Seele. Ich geh' auf den Schwarzmarkt und verkauf' Seelen. Nö, ich weiß, ich hab' jetzt deine Seele verkauft und jetzt hab' ich meine wieder erhalten. Du kannst doch deine Seele zurückgewinnen, wenn du jetzt auf die Website gehst und du, und du, und du gewinnst dein eigenes Auto. Leute, ihr könnt, äh, ihr könnt eure Seele ganz einfach zurückbekommen, indem ihr in die Infobox dieses Twitch-Accounts geht und auf Spenden klickt. Spaß. Hä, ich hab, ich hab' meine Seele schon wieder. Na, Spaß, Chad, ihr müsst nicht spenden. Ihr könnt spenden, müsst aber nicht. Spendet. Ich brauch' auch Geld. Du brauchst Geld. Junge. Du lebst wegen mir. Nein, du lebst wegen mir. Ich hab' deine Seele. Nee. Doch. Wer sagt das? Ich. So. Sonat. Hab' ein Neuer. Das stand, das stand nicht im Vertrag drin. Und deswegen kann ich dich jetzt anzeigen. Also, äh, äh, ich muss dir leider sagen, es gibt keine Gehaltserhöhung für dich. Deine Seele kommt immer noch in die Unterwelt. Nee. Was, das, was, was du natürlich machen könntest, ist das, was, ähm, das, was die, äh, das, was die deutsche Bahn am besten kann, äh, streiken. Aber ein Streik wäre gerade sehr schlecht. Was? Oh. Ah, was? Ich streike jetzt. Nee, nicht streichen. Du darfst nicht streiken. Doch, ich streike jetzt. Nein. Doch. Deine, 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 die Arbeiterorganisation hat keinen Streik angekündigt, also kannst du das nicht. Doch, ich habe es angekündigt. Nö. Ich streike jetzt, ich mache nicht mehr. Hallo, ich will Dingens sehen. Ich will, ich will dein Papier sehen. Egal. Okay, wir, wir spielen weiter und, ähm. Stimmt auch so. Du gibst meine Seele wieder und ich streike nicht mehr. Deal. Deal. Wirklich? Äh, lies nochmal bitte, äh, lies nochmal besser die Kleinschrift unter dem Vertrag, wo steht, dass ich deine Seele behalten darf. Äh, hier steht nichts mit, dass meine Seele behalten. Ah, schade. Na, okay, 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 du du... Ja, also, aber hier steht, wenn... Ich... Logo, hier ist Entity... Deine Seele verkaufen. Logo, Logo, hier ist Entity 303. Alter, der Wahre. Der Echte. Wir müssen deine Seele verkaufen. Ohohoho. Eyo, Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft Bad War Stream. Äh, heute gehen wir, äh, heute gehen wir, ziehen wir los und klauen die Seelen von kleinen Kindern. Yay. Und die Seelen werden wir dann an den, äh, dunklen Leute persönlich, Satan, verkaufen. Nein, wir verkaufen sie an Loco Industries. Verkaufen sie an Loco Industries. Ne, wir verkaufen sie an die Bettzerstörer GmbH und Co. KG. Ja, und dann haben wir mehr Macht. Oh ja. Dann sind unsere Betten resistenter und wir kriegen mehr World Trade Center. Logo, stell dir mal vor, du verkaufst deine Seele an dich selber. Ey, Jo, das wäre richtig krass. Was, was? Ey, Logo, stell dir vor, stell dir vor, ich, ich gehe jetzt so mit meinem, äh, zweiten Twitch-Account, äh, so auf, auf www.logis.no.8, äh, slash spenden und ich, ich spende Geld. Alter, selber. Na, mein Ding ist, das, 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 das wäre eigentlich schlecht, weil, ähm, äh, Paypal nimmt 2,5% weg. Das heißt, wenn ich, das heißt, wenn ich, äh, äh, das heißt, wenn ich 10 Euro spende, gehen 25 Cent weg. Oder so. Ich weiß nicht, ich bin kein Mathematiker. Gib mir Gold. Nein. Sonst sterbe ich. Äh, Hilfe, Hilfe, Logo, ich bin, oh, ich dachte schon, ich dachte schon, ich sterbe jetzt. Gib mir Gold. Sonst mache ich es in die Hose. Achso, du, du willst Gold? Okay, du kriegst Gold. Ja. Gold. All dein Gold. Okay, Logo, ich habe eine krasse Idee. Ich brauche Blöcke von dir. Und dann baue ich einen Turm auf der benachbarten Insel. Und durch, äh, durch die benachbarten Insel können wir dann, Logo, ich habe noch ein bisschen für dich Eisen. Äh, äh. Wir brauchen diese Insel da. Ja, wir brauchen diese Insel. Hier ist dein Gold. Und ich brauche noch ein paar Blöcke. Ja, los, baue dich rüber. Ja, ja, warte, halt, ich brauche jetzt Blöcke. Baue dich rüber, mein Sohn. Ich brauche jetzt Blöcke, warte, ich brauche noch ein Eisen, perfekt. Noch mehr Blöcke. So, und jetzt baue ich mich drüber. Äh, schlecht auf, ach nee, doch nicht. Das war nur eine optische Insel. Baue ich drüber, ich, ich beschütze dich, ich beschütze dich. Ja, tu das. Ich mache Speed Bridging. Speed. Logo, Speed. Ich bin, ich bin Speed. Ich brauche jetzt den Block unter dir ab. Dann gibt es Schläge. Ich bin Speed. Ich bin Speed, Boy. Ich bin Speed, Boy. Warte, 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 warte. Ah, du, warte, los, rüber, 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 los. Logo, wir schaffen das nicht und da ist ein Roter. Da ist die Rote Armee. Die Rote Armee ist so nah. Los, 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 los. Ich habe keine Blöcke. Ich habe keine Blöcke mehr. Ich lebe durch ein Wunder. Mann, aber ich bin gestorben. Wer war das, wer war das? Das war ein Typ mit Feuerball. Inakzeptabel. Okay, aber keine Sorge. I'm going to do World Trade Centers. So, dann fangen wir den Stress mit Team Grün an. Team Grün ist nicht gut. Team Grün, ah, Team Grün ist mies. Team Grün. Los, rüber, bau uns zu Team Grün, los, los, los. Team Grün ist ein Verräter. Richtig Verräter. Los, rüber zu Team Grün, los, 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 los. Ja, warte, warte doch. Ich bin, ich bin dein Boss. Los, 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 los. Nein, ich bin dein Boss. Du stehst bei mir unter Vertrag. Nein, aber ich bin, ich bin dein Auszubilder. Affe. Spaß. So, äh, Dingens, äh, wo kommt jetzt die Tower hin? Ejo, ist da jemand? Ist da, achso, das ist nur Team Blau. Okay, gut. Das ist nur Team Blau. Wo bist du, wo bist du? Wo bist du? Ich, ich, ich baue gerade World Trade Centers. Bau doch zu dieser einen Diamant-Insel darüber. Du kannst bauen, du hast... Jo, was ist da reich, was mit Material baut dieser Typ? Ähm, excuse me, what? Excuse me, what? Hör, von wem? Ich würde sagen, wir beenden den Stream auch an dieser Stelle. Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, also ja, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Wir verlieren nur noch. Ja, diese eine Runde war richtig gut und jetzt geht's mies. Ja, äh, 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 Logo? Willst du dem Chat noch irgendwas sagen? Ähm, spende. Ich brauche Geld. Du kriegst nicht mal, das Geld ist mein Geld. Nein. Doch. Nein, Anteile. Okay, okay, stimmt. Wobei, du machst ja mit, das heißt, du hast... Stimmt, wenn bei diesem Stream jemand spenden würde, dann kriegst du, äh, 50%. Wenn jemand beim Stream spendet, wo du nicht dabei bist, kriegst du 0%. Ja. Ja, okay, äh, spendet, Logo braucht Geld. Ich muss jetzt immer dabei sein. Logo muss seine 22 Millionen Kinder ernähren. Äh, ja. Oh, wait, what? Wo habe ich so viele Kinder her? Keine Ahnung. Kindergeld. Kindergeld. Äh, ja, meine Damen und Herren, ähm, 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 äh, 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 ja, ähm, Ladies and Gentlemen, äh, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, ja, ich werde wahrscheinlich morgen nochmal streamen. Morgen aber vielleicht kein Minecraft. Morgen, äh, habe ich, äh, gedacht an, vielleicht an Modern Warfare 2, die Kampagne weiterspielen, weil da haben wir ja noch, ähm, drei Viertel der Kampagne übrig. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, äh, tschüssi Kowski. Ciao. Bye.